Ja, du hast richtig gelesen, wir bekommen Nicolas Cage in Debt bei Daylight. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen hin und weg und weiß gar nicht, was ich sagen soll, denn diese Nachricht kam so überraschend. Es wurde ursprünglich geleakt vorhin und der Leaker, Marsos, der ursprünglich DPD-Leaks den Twitter-Account geführt hat, der meinte, dass der Leak fake sei, dass er ihn selber gefakt hat. Und dann plötzlich sagt er, irgendwie eine halbe Stunde später, oh ja, by the way, Leute, ich hab gelogen, der Leak ist doch echt, aber hätte ich gesagt, dass er echt ist, hätte mir niemand geglaubt. Und logischerweise ist es fucking Nicolas Cage, also es ist echt. Und dann hat Behavior einfach selber gepostet. Ja, Leute, Nicolas Cage kommt zu Debt bei Daylight und wahrscheinlich als Paragraph-Chapter im kommenden Mid-Chapter, also nicht im jetzt kommenden Anniversary-Chapter, sondern in dem Mid-Chapter darauf als Paragraph-Version. Und ich geh mal davon aus, dass das Chapter irgendwie entweder 6 Euro oder 12 Euro kosten wird. Wow, also, ja, wenn ihr da ein bisschen drüber diskutieren möchtet und auch über die anderen Leaks ein bisschen reden möchtet, dann kommt gerne auf meinen Discord-Server. Wie gesagt, Link dazu in der Videobeschreibung und wahrscheinlich auch in den Kommentaren. Ich werde jetzt erstmal dieses Video hochladen und dann wahrscheinlich nächste Woche zum PTB hin auch nochmal eins hochladen, hoffe ich zumindest. Aber, ja, würde ich gerne machen. Dann sehen wir uns hoffentlich da wieder, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Da ist nichts mehr Powerful als Imagination. Wir können die Fabrik der Realität, transformieren alles, was du glaubst, dass du wissen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017